Do you wanna die? Möchtest du sterben? Sagt Khaled zu unserer Reporterin. Jenseits des Feuers sind israelische Soldaten, die jeden, der zu nahe kommt, angeblich erschießen. Mahmoud und Khaled gehen oft auf die Berge, wenn es Nacht wird. Sie gehen hierhin, um Alkohol zu trinken, den Zwängen des Alltags zu entfliehen, trotz der israelischen Armee. Die beiden wohnen in Nablus, der zweitgrößten Stadt im palästinensischen Autonomiegebiet. Knapp 150.000 Menschen leben hier, zwischen den zwei Bergen Ebal und Garisim. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist Khaleds Heimat Krisenregion. Ein Ende des Streits um das Land Palästina scheint weit entfernt, fast aussichtslos. In Nablus sind die meisten Bewohner Muslime und stark religiös. Konflikte mit dem israelischen Militär und den Siedlern, welche nahe der Stadt leben, sind häufig. Viele Menschen haben Probleme mit den Juden, aufgrund der Siedlungen und Barrieren. Wir Palästinenser können nicht reisen, da Israel unbegründet wütend auf die Identität des palästinensischen Staates ist. Wir Palästinenser können nicht überall hinreisen. Wir leben in einem kleinen Knast, haben ständig Angst. Auf der anderen Seite des Brachlands scheint der Konflikt ganz weit weg. Jerusalem oder Tel Aviv sind nur 70 Kilometer von Nablus entfernt. In den Souvenirshops auf den Märkten werden Fan-T-Shirts der israelischen Armee neben Free-Palästine-Shirts verkauft. Wären da nicht die schwer bewaffneten Polizeikräfte und Soldaten, könnte man meinen, dass alles friedlich ist. Zivile Polizei mit Pistolen und Maschinengewehren sind dennoch Normalität in den Städten. Wenn die Sonne untergeht, geht das Nachtleben in Israels Großstädten los. Die Kleidung ist kurz, es wird getanzt, getrunken, so wie im Westen. Seht euch das an. Die Menschen leben so friedlich hier. Alles ist zu gut hier. Es ist so einfach, an einem Ort wie diesem zu leben und zu vergessen. Ernsthaft. Jetzt in diesem Moment passieren Dinge in Gaza. Es ist so leicht, das alles auszublenden. Es ist zu leicht und es ist beängstigend, wie abgekapselt wir sind und wie einfach sie es uns machen, uns abzukapseln. Das ist Noga Erez. Die israelische Sängerin mit polnischen und russischen Wurzeln lebt in Tel Aviv. Ihr Debütalbum Off the Radar wurde von Kritikern als Protestalbum bezeichnet. Protestieren, das tut sie. In ihren Songs. Ein großes Thema ist der Nahostkonflikt. Seit der Staatsgründung Israels sind zehntausende Menschen auf beiden Seiten umgekommen. Hoffnung und Frieden sind zwei grässliche Wörter. Zwei Wörter, die als verloren betrachtet werden. Als eine naive Einstellung. Khalids Freund Mahmoud hat den Glauben an Frieden und Hoffnung schon lang verloren. Als er sieben Jahre alt war, kam die israelische Armee nach Nablus. Mahmoud war auf dem Weg zum Supermarkt, um einzukaufen. In den Straßen wurde protestiert. Mahmoud wurde in Arm und Fuß geschossen. Ein Geschenk von den Israelis, sagt er. Neben Narben zählt Mahmouds Arm das bekannte Chandala-Tattoo. Ein typischer, machtloser Palästinenser aus dem Flüchtlingslager, der dennoch gegen die israelische Besatzung demonstriert. Ich bin bereit. Nicht bloß ich allein. Alle Palästinenser sind bereit, für Palästina zu sterben. Aktuell protestiert Khalid jedoch nicht. Mitten im palästinensischen Autonomiegebiet, einen Kilometer von Nablus entfernt, liegen jüdische Siedlungen. Insgesamt leben 600.000 Juden, abgeschottet im Westjordanland. Ich kenne keinen einzigen Palästinenser. Und das ist einfach verrückt, weil ich diesen Willen ausdrücke. Ich denke, die Regierung kontrolliert uns, indem sie uns voneinander trennt und uns die Möglichkeit verwehrt, miteinander zu sprechen. Noga Eres bezeichnet sich als privilegiert, da sie öffentlich protestieren kann, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Sie fordert die Leute auf, sich über den Konflikt zu informieren. Ich glaube, die Leute akzeptieren das einfach als Fakt oder sagen, Israel ist ein Ort voll von bösen Menschen, die nur ihr Leben leben wollen und sehr grausam sind. Nein, man muss diese Komplexität verstehen. Khalid, der bereit ist, für sein Land zu sterben, weiß eigentlich sehr wenig über die Zusammenhänge des Konflikts. Wenn ich über diese Probleme reden möchte, kann ich das nicht. Das ist alles sehr lange her, eine alte Geschichte. Die Israelis sind Besatzer. Sie sind zu uns gekommen, nicht wir zu ihnen. Für Noga sind die Politiker von beiden Seiten schuld an dem nicht enden wollenden Konflikt. Hoffnung auf eine bessere Zukunft setzt sie in jemand anderen. Es ist nicht viel, aber ich glaube an eine Sache. Ich glaube an die Menschen. Wir sehen uns gegenseitig nur in einer extremen Darstellung. Und das ist nicht die Wahrheit, denke ich. Wir Palästinenser möchten in Frieden leben. Ohne Probleme. So wie alle anderen Völker. Khalid sucht sich einen anderen Ausweg. Er plant auszuwandern. Weg aus Nablus. Weg aus dem Heiligen Land. Weg aus Briechen. Untertitelung des ZDF, 2020